Am Dienstagmittag fiel in Teilen der Esslinger Innenstadt und angrenzenden Stadtteilen der Strom aus. Ursache hierfür war ein Brand in einer Stromstation in der Blochinger Straße. Aufgrund des Brandes kam es zu einer Rauchentwicklung, die in ein angrenzendes Hotel zog. Die Esslinger Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort, stellte den Brandschutz sicher und belüftete das Hotel. Durch den Brand kam es zu einem technischen Defekt im 10.000 Volt Mittelspannungsnetz. Durch Umscheidungen im Mittelspannungsnetz gelang es dem Entstördienst der Netze BW, die Versorgung der rund 3.000 betroffenen Haushalte schrittweise wiederherzustellen. Ab 12.15 Uhr waren dann alle Haushalte wieder versorgt. Seit April gehört die mächtige Festungsruine auf dem Hohen Neufen zu den staatlichen Schlössern und Gärten in Baden-Württemberg. Michael Hörmann, der Geschäftsführer der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, gab am heutigen Dienstag einen ersten Einblick in die Planungen. Zunächst soll sich für den Besucher gar nichts ändern. Er soll weiterhin das faszinierende Angebot der Familie Vetter genießen können. Was wir aber dann machen werden, ist das Vermittlungsangebot zu verstärkern. Wir wollen die Festung Hohen Neufen noch stärker als Erlebnis und Freizeitort positionieren. Stellen Sie sich vor, Sie kommen hierher und es ist eine spannende Kunstausstellung mit Exponaten im Freien. Oder es gibt eine Lesung oder es gibt ein Märchenfest für Kinder oder es gibt ein besonderes Angebot in der Nacht, wenn eine Burgruine besonders romantisch ist. Wir haben nächstes Jahr ein großes Themenjahr, Essen und Trinken. Was kann man hier alles machen von einem mittelalterlichen Ferkelessen bis hin zur Verkostung regionaler Genüsse hier oben. Wir haben natürlich auch unsere regelmäßigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Schloss Erlebnistag, wo in ganz Baden-Württemberg immer gefeiert wird. Da wird der Hohen Neufen jetzt also auch teilwerden. Der Hohen Neufen soll in Kontakt mit vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gebracht werden. Mit dem künftigen Programm wollen die staatlichen Schlösser und Gärten möglichst vielen Menschen immer wieder Lust machen, die Geschichte und Vergangenheit des Hohen Neufen zu erleben. Der Esslinger Stadtteil Weil bekommt eine Multifunktionshalle. Die im Jahr 1972 erbaute Halle soll zukünftig mehr als nur eine Sporthalle sein. In den nächsten anderthalb Jahren umgebaut wird zur Multifunktionshalle. Eine Dreifeldsporthalle mit großem Zerünenbereich, voll energetisch saniert. Wir sparen die Hälfte der Energie ein dabei. Es wird attraktiver, aber mindestens so wichtig, dass es ein Projekt der sozialen Stadt ist, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass hier Gruppenarbeit stattfindet, Integrationsarbeit vielfältiger Art. Dass aus einer klassischen Sporthalle der 70er Jahre wirklich eine integrative, multifunktionale Sporthalle mit Funktion darüber hinaus hier in Weilbrüll-Mettingen erneuert wird oder gebaut wird und damit auch die Ansprüche des Programms der sozialen Stadt eingelöst wird. Also ein guter Tag für unsere Stadt. Die Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit macht diese zeitgemäße Weiterentwicklung möglich. Die zukünftige Multifunktionshalle stellt einen wichtigen Eckpfeiler des Sportparks Weil dar. Frau Rieder-Schwarze-Lüa-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger, leuteten bei einem offiziellen Termin am Dienstagnachmittag den Start der Sanierungs- und Umbauphase ein und stellten das Projekt vor. Ich freue mich ganz besonders als Oberbürgermeister, heute die Staatssekretärin begrüßen zu dürfen in Esslingen zum ersten Spatenstich zur Sanierung der Sporthalle in Weil. Die Gesamtprojektkosten liegen bei 7,6 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund über das Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur ca. 41% der Projektkosten. Das heißt rund 3,2 Millionen Euro.